Ja, Hallöchen zusammen! Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Spoink und Kroink bekommen könnt. Hier seht ihr die Habitate, in denen Spoink überall vorkommen kann. Und ich bin jetzt in der südlichen Zone 3. Hier hat es in Berg- und Geröllbiomen eine 20% Spornrate. Hier seht ihr noch die Habitate, in denen Kroink vorkommen kann. Es hat auch in Berg- und Geröllbiomen eine 20% Spornrate. Wir gehen jetzt aber in die südliche Zone 4, genau dorthin, wo ich jetzt bin. Da haben wir einen fixen Standort für ein Kroink, das hier täglich auch wieder neu spawnt, sollte man es besiegt oder gefangen haben. Und entwickeln tut sich Spoink dann ganz normal, einfach per Level-Up ab Level 32. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris-Athene. Auf Wiedersehen!